WIEEY Jo, Haggy, was machst du denn da, Alter? Was geht denn ab? Noelle, Digga, was geht? Oh, oh, oh. Hä? Wo sind wir denn eigentlich? Junge, guck mal, da hinten. Alter, ist das da hinten, Haggy-Waggy? Siehst du das da? Da hinten, ja, da ganz hinten. Alter, Schwede, müssen wir da mit unserem... Der sieht aus wie du. Ey, guck dir mal den grünen hier an. Was geht denn bei dem ab? Wie ist er denn? Okay, Bro. Also, ich glaube, wir haben ein Grabhack jetzt und müssen zu Huggy Wuggy da hinten kommen. Weißt du, wie ich meine? Wow! Grabhack-Schlacht! Ah! Ins Gesicht! Okay, okay, okay. Ich, ähm, also, ich weiß nicht, Digga, aber ich glaube, wir müssen uns in so ein Kart einfach erstmal reinsetzen. Lass uns das da machen, Digga. Können wir zu zweit oder müssen wir alleine jeweils? Ich glaube, wir können zu zweit. Ich lass die jetzt mal fahren. Ich muss denen, glaube ich, mal helfen, Leute. Der Profi. So. Komm, schnell rein. Komm, schnell rein. Hier ist keins bei mir. Wir müssen schnell Kartreger nach hier an. Wir müssen da ganz schnell reinspringen, Alter. Let's go. Jetzt. Okay. Wir sitzen jetzt drin. Okay, vorsichtig. Ja, entspannt, Digga. Digga, was war denn das jetzt für eine Aktion, Bruder? Ich hab, glaube ich, ne Idee. Da ist so ein roter Handschuh dran. Weißt du, wie ich meine, Bro? Und ich glaube, wir müssen da mit unserem Grabhack irgendwie draufböllern. Komm mal rein hier. Okay, ich hab Grabhack an. Wir fahren geradeaus. Vielleicht ist das besser, aber sonst grab ich deinen Kopf. Okay. Wir haben jetzt hier das Ding aufgebaut. Perfekt, Alter. Ich hab's geschafft. Ich hab übel draufgespäht. Da war doch gerade gar nichts drauf. Oh Gott, im Himmel, ey. Alter, sind wir jetzt auf dem Way dahin, oder wie? Oder wo? Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Gott. Ah, ja, alles entspannt, ey. Guck mal. Ich würd sagen, ähm, wir nehmen, ähm... Nein. Kleine Info. Ich hab Noel versprochen, weil er mir bei den Aufnahmen hilft, ja. Wenn, äh, unser Video in der ersten Woche 25.000 Aufrufe schafft, dann bekommt Noel von mir Robux. Das ist nicht irgendwie so, ähm, sowas Blödes, sondern Noel soll manche Dinge halt auch machen können in Roblox, wie zum Beispiel, wir werden uns hier heute noch diese Huggy Potion, äh, besorgen. Also, die kaufen wir uns heute noch. Die müssen wir natürlich nochmal austesten, Leute. Und Noel könnte sowas dann auch machen. Also, falls ihr Bock habt, dass wir beide mal so richtig brutale Aktionen reißen, dann, ähm, lasst einfach ein Like da und schaut das Video bis zum Ende an, ne? Aber Noel, in dem Sinne sorge ich jetzt erstmal dafür, dass die Leute losfahren und draufgehen. Du musst draufklicken. Schnell, 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 schnell. Jaja, aber ich hab den Leuten geholfen. Weißt du, wie ich mein? Okay, jetzt machen wir alles richtig. Perfekt. Warum? Hier ist doch gerade gar nichts. Siehst du das? Hier ist auch nichts. Ja, aber da war doch auch gerade ein Stück Gleis weg, oder nicht? Ja. Ey, das wäre so witzig, wenn wir die sabotieren könnten. Hast du nie gesehen, wie die runtergefallen sind? Ah, bisher kommen wir doch ganz gut voran. Aber irgendwie ist hier ganz schön viel, äh, ja, also, ich mein, das dauert ja eigentlich ewig, oder? Bis wir hier durch sind. Aber wir können, glaub ich, was schnell an. Wir können was schnell an. Wie, wir können verschnell an? Okay, ja, reicht, Alter. Chill, chill, chill. Okay, warte kurz. Ich kann auch verlangsamen. Ich fahr gerade verlangsamen. Ich fahr langsamen. Nein, Alter, nein, Mann. Wir speeden das Ding jetzt richtig ab. Noël, komm. Wir machen 3000 Umdrehungen. Rückwärts. Aber wir fahren doch jetzt nicht rückwärts. Okay, Mann, rückwärts. Oh, nee, ne? Da gibt's jetzt Stau, Alter. Da gibt's jetzt Stau. Fahr zu, Junge. Warte kurz, ich regel das. Ich drück bei ihm. Ich drück bei ihm. Steig ein, steig ein. Oh Gott. Oh nein. Oh, oh, wow. Wow. Hä? Was ist denn das jetzt? Hä? Wir grinden gerade mit dem Ding irgendwie. Oh. Okay, Leute. Jetzt aber mal ernst. Es sind halt einfach super viele Leute gerade hier am Start. Und wir müssen jetzt einfach mal dafür sorgen, dass die losfahren, ne? Könnt ihr jetzt mal losfahren? Alter, verpisst euch doch mal. Hä? Die haben einen Zweierzug gemacht. Guck mal, die da vorne. Was ist das denn? Das ist echt ein Zweierzug, ne? Okay, okay, okay. Komm rein jetzt. Denno. Oh, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange das jetzt gedauert hat. Endlich sind wir mal auf dem Weg. Und ich würde sagen, wir holen uns mal ein bisschen Vorsprung. Und deswegen ziehen wir mal mit der Karre so ein bisschen durch. Wir werden jetzt mal wieder von der Bremse kommen. Ein bisschen von der Bremse. Okay, Noel, macht hier das Steuerrad, Leute. Ich hab den sabotiert. Ich hab doch auch schade. Ich dachte, die fallen drauf. Ah, die sind runtergefallen. Ja, let's go, ey. Okay, pass. Ja, Mann. Ein Problem, Benno. Wir müssen, glaube ich, mit dem Tempo jetzt ein bisschen... Ich werde mal das Tempo hier ein bisschen anpassen. Weil wir dürfen manchmal nicht zu schnell um die Kurven reißen. Ja, ja. Wir sind komischerweise eben rückwärts gefahren, Digga. Das war ganz merkwürdig. Ich bin nicht schuld. Nein, überhaupt nicht. Oh, jetzt. Jetzt können wir eigentlich mal Gas geben. Nein, nein, nein. Jetzt geben wir richtig Gas. Oh, hier ist ein Bahnhof. Wer ist er denn? Hast du die Musik gehört? Hä? Was war denn das gerade? Das ist, glaube ich, ein Bahnhof. Okay, aber wir kommen ja eigentlich ganz gut voran. Ey, wie lange müssen wir jetzt mit dieser Bahn hier fahren? Das kann doch nicht wahr sein, oder was? Oh, da hinten. Wir schaffen es zum Ende. Ähm, ja. Ich bin auch mal gespannt, was am Ende... Wir brauchen gar nicht mehr so lange. Ich mach links, ich mach links, ich mach links, du rechts, du rechts. Oh, ähm. Nein. Was macht das? Ey, Leute, wir sind jetzt hier am Bahnhof und wurden entspannt gesaved. Ja, Leute, dann sind wir mal wieder auf dem Weg vom Bahnhof. Jetzt könnten wir mal gucken, wie der sich da vorne schlägt, dieser Zentione. Können wir den sabotieren, Alter. Was denn das passiert? Ja, das macht... Komm, ich geb bisschen Stulle rein. Ich geb bisschen Stulle rein, Digga. Nein! Jetzt sitzen wir endlich und jetzt können wir... So, jetzt können wir fahren. Ich kümmere mich um das Steuer, Digga. Oh nein. Okay. Steuer, wir geben Gas, wir geben Gas! Wir werden die gleich so krank sabotieren. Mach langsam, mach langsam, mach langsam. Ja, er, 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 er fällt sowas von runter. Das kann doch nicht sein. Ich schwör dir, wir halten gleich an, wir halten gleich an. Mach dein Grabpack ready. Wir werden gleich sowas von weg getappt. Pass auf, pass auf. Jetzt. Nein. Jetzt. Ich bin der Idiot. Was für ein Idiot. Hä? Hä? Ey, sind wir wieder im Gleis drin? Ich weiß nicht, ob wir im Gleis drin sind, aber wir fahren anscheinend noch. Oh nö, Nick, ey. Das kann nicht sein, ne? Soll ich die mal entern, oder? Meinst du, ich schaff das? Ja, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's dir grad. Nein, 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 du fällst runter, Bruder. Du fällst, du fällst runter. Och, Digga. So, Leute, wir sind mal wieder auf Kurs. Also, es war ein ziemliches Chaos, das Ganze. Wir sind aber auch, ehrlicherweise, bald... Was? Warum fallen wir jetzt raus? Da hinten ist der Hagiwagi-Mund, ne? Wir müssen noch durch so einen übelst kranken Tunnel fahren. Ich bin super gespannt, was da noch... Okay, okay, ich schaff das, ich schaff das. Ohne Probleme. Okay, entspannt. Ich dachte grad, das geht zu früh wieder aus. Da unten ist Billy's Hagiwagi-Kit, glaub ich. Boah, ey, wir müssen ja gleich noch im Kreis komplett hochfahren, Mann. Was ist das denn? Och, nee. Nicht zu schnell, bitte, denn. Nicht zu schnell. Nö, nee, ich hab, glaube ich, entspanntes Tempo eingestellt. Das Problem ist jetzt halt auch einfach, wenn wir das jetzt nicht schaffen... Nee, dann müsst ihr alles von vorne machen, ne? Ist dir das eigentlich bewusst? Ich sag dir ehrlich, ich sag dir ehrlich, ich brech dann ab. Das ist mein Ernst. Ich geh dann woanders hin. Ey, wenn wir jetzt runterfallen, ne? Einen Daumen runter kriegt das. Dann schwör ich dir, also, dann weiß ich nicht, was passiert. Eventuell zerstöre ich meinen PC danach, ne? Das könnte sein. Okay, ja, damit find ich auch einverstanden. Der Verlierer zerstört seinen PC. Der Verlierer... Aber was? Hä? Wir sind doch dann so oder so die Verlierer, weil wir dann kein geiles Video mehr haben. Doch, egal. Okay, Leute. Also, PC zerstören. So ein Ding wär das jetzt hier. Aber... Jetzt noch was anderes. Sind das eigentlich noch die beiden, die eben vor uns gefahren sind? Oder wer sind die jetzt, die hier über... Äh, fährt jetzt so. Ich denke schon. Die sind einfach noch schneller als die. Okay. Also, mit dem Tempo hier, was wir gerade an Tag legen, ist, glaube ich, alles optimal. Die Frage ist, was machen wir jetzt, ne? Entspannter Kaffee- und Kuchentalk jetzt, oder was? Ähm, ich würd mal gucken, dass wir da hinten irgendwie so schauen. Siehst du das? Ist das da unten die Poppy Playtime-Fabrik? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie dort. Vielleicht irgendwann mal bin ich dort. Hä? Äh, da unten. Da, wo die Laser sind. Guck mal da. Da ist doch eine Fabrik, Digga. Ist doch eine Fabrik? Ja. Ja. Alter, es geht nachher noch in den Hagiwagi-Mund rein. Und dann geht da nachher noch so ein Tunnel durch. Durch noch einen Hagiwagi-Mund. Und dann kommen wir anscheinend noch auf eine Insel oder sowas, ne? Anscheinend. Wir fahren jetzt, äh, erst bis zum nächsten Bahnhof... Wo ist denn eigentlich der nächste Bahnhof? Boah, der dauert ja noch. Äh... Er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Er ist so weit gefahren und ist dann noch runtergefallen. Oh mein Gott. Ich wär so am tilten. Aber wer so die ganze Zeit fährt, der hat's auch nicht anders. Guck mal, wie der los wird. Nein. Der andere, der erste Platz ist da noch. Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh, ich mach das. Warte, warte, warte. Okay, ja, ich hab schon draufgezimmert. Aber guck mal, der erste Platz ist da auch noch. Der hat auch verkackt, glaube ich. Wo? Also, denn, es gab ja zwei vor uns. Und der ist, da sind jetzt zwei, glaube ich. Der erste ist auch verkackt. Ey, stimmt. Ja, weil er ist ja nicht mehr vor uns. Also, muss er verloren haben. Okay, wir sind jetzt ja fast bei dem Bahnhof. Ja, und dann haben wir auch noch ein gutes Stück vor uns. Aber das wird dann langsam hier interessanter, denke ich mal. Ich möchte einmal über was reden, ja? Ah, okay. Wie sehr hassen uns die Entwickler? Guck mal, du siehst jetzt da über uns den Bahnhof, ne? Der letzte Bahnhof bis hier übel weit. Und jetzt guck zu dem Bahnhof, wo wir gleich sind, bis zum nächsten da vorne direkt. Was? Als ob, Alter. Äh, äh. Wie sehr hassen uns die Entwickler von 1 bis 10... Nein. Nein, oder? Nein. Nein. Das ist jetzt nicht deren Ernst, ne? Können wir hier, können wir hier, können wir, schaffen wir es auf die... Oh, jetzt ganz langsam, Neno. Achtung jetzt, Achtung jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen da jetzt echt rüberlaufen, Digga. Nein, ernsthaft jetzt. Noël, wenn einer von uns runterfällt, dann war's das, ne? Dann war's das. Wir dürfen, wir dürfen es... Nein. Oh, Leute, das ist nicht sein Ernst. Oh, oh, ich muss auf die andere Seite. Oh Gott. Ja. Oh, ich hab's geschafft und Noel auch. Oh. Leute, das war so gefährlich. Können wir mal ganz kurz darüber reden, wie sehr uns die Entwickler jetzt gehasst haben. Das war ja wohl also. Ich bin der Mut, Junge. Oh, Vorsicht, wir werden sowas von runterfliegen. Ich will das hier mal ein bisschen steuern. Also, da vorne, wir müssen den rechten Weg nehmen, Bro. Ich sag dir den rechten Weg, okay? Lech den linken zu Kissy Missy den rechten. Den rechten Weg, ne? Den rechten, ja, ja. Wir fahren den rechten Weg. Wir fahren den rechten Weg. Wir fahren den rechten! Oh! Ja, Noel, das hast du ja wieder klasse hingekriegt, ne? Hast du schön in Kissy Missy reingefahren, ey. Das war doch rechts. Äh, das andere rechts, ne? Genau. So, du sagst also, wir sollen mal ein bisschen Tempo anziehen, ja? Dann gucken wir doch mal, wie viel Tempo wir anziehen können, ja? Oh, wir klicken nochmal rein, Digga. Wir klicken nochmal rein und wir klicken... Diesmal gehen... Nicht dein Ernst. Ey, was machen wir jetzt? Ich... Ich hab keinen Bock. Ich geh direkt zum nächsten Bahnhof. Ich sag dir so, wie es ist, ne? Okay, Leute, wir sind wieder am Start. Entspannt. Siehst du? Oh, oh. Oh, oh. Mach das Ding an. Oh, Gott. Und jetzt sind wir in der Fabrik. Oh, cool. Ey, geil. Huggy Wuggy ist nah. Ja? Der Weg ist richtig, glaube ich. Und die Tür ist offen. Sehr gut. Alter, nicht schlecht. Hier ist der nächste Bahnhof gewesen. Also, das ist ja wohl... Das ist ja wohl... Illegal. Also, höchst gar nicht illegal. Oh, oh. Hier steht schon Hilfe. Huggy Wuggy. Oh, oh, Gott. Huggy. Oh, oh. Alter, war das knapp. Oh, du, er muss das zumachen, Bruder. Oh. Huiuiuiui. Okay. Aber bis hierhin... Mach du die Tür auf oder geh die automatisch auf? Äh, was? Ich mach die Tür auf. Ach so. Ich mach die nächste auf. Der Versuch. Ach. Oh, oh. Okay, ich mach links. Du machst rechts, okay? Ich mach rechts, ja? Rechts steht. Chill, chill, chill. Uff. Du machst das... Bevor der wieder ausgeht, du darfst das nicht so schnell machen, Bruder. Alter, bei mir war das Ding halt nicht aktiviert, ne? Und ich hätte dann echt schon ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Oh, oh. Okay, okay. Ich mach das. Nicht zu früh. Das Ding ist nicht an. Oh. Nicht zu früh, Brudi. Nein, 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 nein. Easy. Alles, alles geteilt. Hä? Dennoch, 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 dennoch. Trippt ihr eigentlich den Hagiwagi drin? Yo. Oha. Ist das dein Rauch? Alter, hier ist sein Gehirn. Das ist sein Gehirn. Sohn? Kindheit? Äh, wie alles ge... Ähm. Nein. Oh, oh. Oh, unser Minenkarren, unser Minenkarren, Leute. Hä? Oh, nee, ne? Oh, nee, ne? Oh, nee, ne? Ich lauf jetzt weiter, tschüss. Was ist das denn jetzt? Trigger, was ist das denn? Was ist das denn? Ey, Noel, wir... Bist du weg? Äh, nee, nee, man fällt hier in die Schiene. Du musst richtig aufpassen jetzt, wenn du da bist. Ja, man fällt in die Schiene. Ich bin direkt tot. Jetzt sind wir endlich drin und Noel, lass hier bitte nichts mehr schief gehen. Warte, warte, warte. Nicht zu früh, Jäger, nicht zu früh. Nein. Durchlaufen. Komm, durchlaufen. Boah, war das knapp. Ah, hast du es geschafft? Okay, Leute. Man sieht hier anscheinend Experimente, die mit Hagiwagi gemacht worden sind. Und oh, oh, man geht jetzt hier anscheinend irgendwie... Bist du jetzt vorsichtig laufen. Kamera ran. Kamera ran. Ja. Ey, Leute. Wir schaffen es bis zum Ende hoffentlich. Komm schon. Oh, wir sind fast da, Mann. Wir laufen den Rest zu Fuß, oder? Ja. Als ob ich das nochmal mache. Ich bin doch nicht blöd. Ey, nee, ganz im Ernst. Also, Leute, wir hängen hier schon so lange mittlerweile. Mann, mein Gott ist so schwitzig auf einmal. So viel Druck liegt in meinen Händen. Ja, aber wir dürfen es halt auch einfach nicht verreißen. Gerade hier die Kurven. Die muss man ganz eng nehmen. Und gut. Oh, es ist nicht mehr weit. Komm schon. Oh, oh. Ja, 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 ja. Wir sind da, Leute. Ja, Mann. Komm, Noel, schnell. Ich bin genau die Ideallinie. Gott im Himmel. Was ist denn? Oh, ich habe es geschafft. Hä? Hä, Deno? Deno? Also, dieses Spiel... Dieses Spiel ist ja wohl... Mann! Leute, das war's mit einer weiteren Folge von Roblox und wir sind in Hagiwagi reingefahren und, naja, was soll ich zu dem Spiel sagen, es war schwer, falls ihr es auch gerne zocken wollt, ich verlinke euch das Ding natürlich in der Beschreibung, lasst ein Like da und andere Videos könnt ihr hier oben sehen. Wenn ihr möchtet, abonniert meinen Kanal gerne noch. Küsschen, Denno out.